Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderschuhe, Kinderfüße interessieren. Ich habe mir dieses Mal dem Thema gewidmet, was ziehe ich meinem Kind für zu Hause an? Zumindest welche Alternative gibt es zu Stoppersocken oder Lederpuschen? Nehme ich die große Welt der Barfußschuhe für zu Hause? Lasst euch einfach überraschen. Ich würde mich freuen, wenn es euch interessiert. Dann sehen wir uns gleich wieder und bis gleich. Hallo liebe Eltern und ein Hallo an alle kinderfußinteressierten Eltern. Das große Thema oder ich lade euch heute ein zu dem großen Thema Barfußschuhe für zu Hause. Weil der ein oder andere wird sich ja schon mal gefragt haben, was ziehe ich meinem Kind an, wenn die Lederpusche nicht mehr passt oder ich einfach mit einer Lederpusche wegrutsche. Und was mache ich mit meinem Kind, wenn Stoppersocken vielleicht doch nicht so ganz optimal sind? Zumal es ja auch hier immer wieder den Nachteil des Sitzes gibt, insbesondere bei schmalen Füßen. Und damit kommen wir zum großen Thema der Barfußschuhe. Dem einen oder anderen, vielleicht sind sie schon bekannt, aus dem Hause Gießwein gibt es ja schon seit mehreren Jahrzehnten solche wunderbaren Modelle, die eigentlich, ich sag mal, die Luxusausführung einer Stoppersocke sind, aber absolut rutschfest und natürlich durch den Klettverschluss auch einen gewissen Halt am Fuß bieten. Das, was der Schuh nicht macht und was sie auch bei einer Stoppersocke oder bei einer Lederpusche niemals hätten, ist praktisch Halt im Schuh. Weil der Schuh hat also auch hier hinten, deswegen sage ich, ist die Luxusausführung einer Stoppersocke, besteht also reinweg nur aus stofflichen, textilen Materialien, hat also keine Verstärkung. Und damit kann es natürlich auch mitunter passieren, wenn ein Kind ein bisschen komisch steht. Diese Zuschriften hatten wir in der letzten Zeit, oder die Nachfragen hatten wir in der letzten Zeit auch, ab und zu mal mitgehabt. Macht es was aus, wenn mein Kind sozusagen neben die Sohle tritt? Natürlich nicht. Denn was der Fuß jetzt im natürlichen, ungezwungenen Zustand macht, ist eben halt auch mal sich ein bisschen mehr bewegen als in einer ganz normalen Socke. Das heißt also, hier habe ich denselben Halt oder den Nichthalt, wie in einer Socke auch. Ich habe nur den Vorteil, dass es halt mehr am Fuß anliegt und dass es eine absolut rutschfeste Sohle habe, von der Ferse bis zur Zehenspitze. Nanga verwendet hier ein sehr poröses Kautschukmaterial. Ansonsten hätten wir auch hier nicht diese wunderbare Weichheit dieser Sohle. Und damit ist es natürlich nicht unbedingt abriebarm, sondern es nutzt sich mit der Zeit ab. Dies, liebe Eltern, ist kein Reklamationsgrund, weil spätestens, ich sage es mal so, nach einem halben Jahr, sind die Schuhe natürlich sowieso zu klein. Diese wären sogar noch eher, weil ich ja natürlich hier eine Begrenzung habe und nicht diesen Freiraum, wie zum Beispiel bei den größeren Kindern, ab der Größe 25, 26, nehmen wir dann zum Beispiel diese Hausschuh-Slipper. Die sind als ich einzigerlein mit zwei Gummizügen, einmal über den Spann und einmal hier ringsherum über die Ferse nochmal oder um die Ferse nochmal straff gezogen, damit man hier also am Fersenbein einen gewissen Rückhalt hat. Wenn ich einen Nanga neu kaufe, sollte er also niemals fest am Fuß sitzen, sogar etwas lockerer sein und hier hinten darf es auch gerne ein bisschen faltiger sein, also etwas blasig. Und, was ich natürlich immer mit sagen muss, wenn ihr einen Schuh probiert, zu Hause beim Kind, ich muss ganz bequem, wenn der Kinderfuß hier drin steht, auch hier noch mit dem Finger reinkommen, damit man sozusagen hier diesen Zuwachsraum hat und im Gegensatz zu allen anderen Schuhen oder Schuhtypen, wie es halt so üblich ist, hier ist der Freiraum hinten, Achtung, hinten und nicht vorne an der Spitze, weil bedingt durch den Gummizug wird der Fuß sowieso immer nach vorne in die Schuhspitze reingeschoben. Dieses Modell passt zum Beispiel sehr gut an mittlere bis leicht breitere Füße, extrem breite Füße werden auch hier wieder einen kleinen Nachteil haben, genauso wie die sehr, 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 sehr schlanken Füße, bei diesen kann man allerdings mit einer leichten Frottisole nachhelfen, weil die verändern jetzt sozusagen das Laufverhalten oder Abrollverhalten überhaupt nicht. Das Schöne bei den Modellen ist, diese sind absolut waschbar bei 30 Grad, brauchen natürlich auch eine gewisse Trocknungszeit, das ist klar, aber ich habe ein sehr aktives Baumwolleinen-Gemisch, ich habe kaum synthetische Materialien dran, es ist praktisch wie ein Bioschuh, ja, schön, pflegeleicht, fluffig, luftig, Herz, was willst du mehr? Also es gibt eigentlich nur außer einer richtigen Hausschuh-Sandale gibt es sonst keine Schuhform, die so viel Platz, nicht Platz, Luft an den Schuh lässt, an den Fuß lässt. So, und wie ihr seht, es gibt also praktisch von den Modellen her für die Jungs, für die Mädels immer abgestimmte Modelle, größtenteils natürlich auch immer mit wechselnden Motiven zwischen rechts und links, damit auch das Kind lernt, wo kommt was hin. So ist es bei den ganz Kleinen und so ist es auch bei den Größeren. Auch hier wieder wunderbare Motive, die also die Kinder animieren, auch Schuhe gerne haben zu wollen und sie gerne tragen zu wollen. Und auch hier bei den Jungs gibt es wieder wunderbare Motive, Fußball, Monster, Rennfahrer, wer möchte das nicht alles gerne sein? Und diese Unisex-Modelle, wer gar nicht auf Muster steht und wer es relativ schlicht und etwas preiswerter mag, der kann natürlich auch gerne aus der breiten Modelle dieser Klette-Modelle wählen. Diese gibt es dann übrigens auch noch größer, sogar bis sie in die Erwachsenengrößen und ich bin sogar der Meinung, die gibt es sogar bis Größe 46, 48, Standardfarben natürlich. Das rote Modell hört bei Größe 38 auf, der Klette in Limette hört auch bei Größe 35 auf. Aber dessen ungeachtet, wer solche Schuhe mag, es gibt die natürlich in Standardfarben, in ruhigeren Standardfarben natürlich auch gerne größer. Ab und zu fertigt Nanga zum Beispiel auch diesen Slipper ähnlich wie eine Lederpuche mit einem Gummizug. Hier muss ich immer sagen, bitte Vorsicht, liebe Eltern. Das ist ein Modell, was immer nur für etwas leicht mittlere, etwas breitere Füße geeignet ist. Hier fehlt sozusagen der Klettverschluss. Den Klettverschluss kann ich richtig schön rumbringen. Damit habe ich auch hier oben eine kleinere Öffnung für die Fessel, währenddessen die hier also bleibt. Das heißt, also hier muss wirklich schon eine kleine Knuffelwarte mit dran, damit das ordentlich sitzt. Aber ansonsten habe ich dieselben Vorteile wie beim normalen Nanga auch. Wunderbare Schuhe gibt es das ganze Jahr über zu kaufen. Ich sage immer so, wir verkaufen sie wie geschnitten Brot. Wer sie einmal gehabt hat, greift auch immer wieder gerne darauf zurück. Und wenn es jetzt halt nicht im Sommer ist, weil viele lassen dann die Kinder barfuß zu Hause laufen, dann wird es doch zumindest ab Herbst, wenn das Parkett, die Dielen, der Laminatboden, die Fliesen einfach zu kalt werden, dann kommen dann wieder unsere Nanga-Mäuse wieder angelaufen. Also in diesem Sinne, ich denke mal, es war wieder sehr unterhaltsam. Und vor allen Dingen, man konnte wieder etwas mitnehmen, was man vorher vielleicht noch nicht so ganz auf dem Schaum hatte. So als reine Alternative natürlich für den normalen klassischen Hausschuh sind sie allemal geeignet. Und vor allen Dingen, wenn man, wie sagt man so, geräuschempfindliche Nachbarn. Wenn man also geräuschempfindliche Nachbarn hat, die einen über einen wohnen oder unter einem wohnen und die dann immer so beklagen, dass man das Klackern zum Beispiel bei einer synthetischen Sohle hören würde. Hier hört man außer die Schmidschen-Schleicherschritte eigentlich nicht. Und damit hat man hier natürlich einen leiseren Auftritt, gerade auf den relativ harten Böden. So, also, freuen wir uns, lassen wir uns auf eine Hoch auf die Nachbarschaft. Ein Hoch auf die Nachbarschaft. Der Nachbar wird es Ihnen danken. Oder der Mieter, der unter und drunter wohnt, dass er jetzt sozusagen nicht mehr so von klabbernden Hausschuhsohlen belästigt wird. In diesem Sinne, bleibt schön neugierig. Bis zum nächsten Mal. Ein Gruß an alle Abonnenten. Und wir hören uns bis zum nächsten Thema dann. Bis zum nächsten Mal.